Bis bald wieder. Servus. Sadio Mane wechselt, das ist nun bekannt, zum FC Bayern München. Am Mittwoch wurde der Deal perfekt gemacht. Dann stellte der Verein den bisherigen Liverpool-Spieler vor. Ein Journalist stellte ihm die Frage, welche Herausforderungen nun in der für ihn neuen Bundesliga vor ihm lägen. Ich persönlich bin gekommen, um so viele Trophäen wie möglich davon zu tragen. Gemeinsam mit meinen Mannschaftskollegen. Alle Trophäen, die gehen also, und was sagt FC Bayern-Chef Oliver Kahn zum Neuzugang? Also, was mich wirklich total beeindruckt hat, muss ich sagen, auch war, wie schnell Sadio auch glasklar seine Entscheidung getroffen hat. Und gesagt hat, ja, ich will zu Bayern München. Und das war für mich, muss ich sagen, sehr, sehr außergewöhnlich. Der Bayern-Vertrag des 30-jährigen Offensivspielers geht bis zum 30. Juni 2025. Medienberichten zufolge ist sein Transfer 40 Millionen Euro schwer inklusive Bonus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.